Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich muss ein bisschen leise sprechen, weil wir haben es so früh am Morgen. Heute ist meine Babyparty und ich dachte natürlich nehme ich euch mit. Und genau, ich bin gerade im Bad, wie ihr seht, mache mich gerade fertig. Ich habe gerade meine Haare gekämpft, habe mich angezogen. So ein schönes Hemd und so ein grauen Shirt. Dicke Babymurmel. Und genau, jetzt werde ich mich noch schminken und die Zähne putzen. Und dann sind wir auch schon fertig und dann, ja, bereiten wir den Rest vor. Und in zwei Stunden kommen die, in drei Stunden kommen die Leute auch schon. Ich bin super aufgeregt und ich wünsche euch jetzt einfach ganz kurz viel Spaß. Ja, bei unserer Babyparty und ich hoffe euch gefällt's. Herzlich! So, wir sind fertig. Danke. Musik Und wir haben noch etwas. Guck, Marvin. Es muss ja nicht alles rosa sein. Du weißt ganz genau, es wird ein Junge, ne? Hast du mit Alain abgesprochen? Ja. Ihr wisst beide, es wird ein Junge, ne? Oh, ja. Aber in blau, sehr schön. Das ist von Dodenhof. Ich bin mal gespannt, was da bei Dodenhof so... Oh, mein Gott, wie cool. Yay. Aber mit dem dürfen wir nicht nach Amphi fahren. Nee. Oh, cool. Nee. Aber das ist voll zugelegend. Oh, ich versuch's. Oh, wie süß. Da habe ich auch noch die... Die Box. Oh, danke schön. Die ist immer gut. Oh, Schnullerbox oder was? Ja, Schnullerbox. Ja, aber... Schnulli, Mami, Schnulli. Ja, ihr fixiert nicht. Ihr Schnullis. Na, wie süß. Ja, jetzt fixiert er. Jetzt fixiert er? Ja, fixiert. So, was ist das drin? So ein Suchschein, kann ich shoppen gehen? Yay. Wollen wir's trotzdem mal packen? Ich würd's sagen. Dann pack du, du hast ihn so viel ausgepackt. Okay. Wie mach ich das? Die Box übrigens alle, für die es nicht wissen, wir hatten das Thema vorhin. Oh, ja, das ist schön. Da kannst du die Schnuller reintun, ein bisschen Wasser in die Mikrowelle sind gestirulisiert. Aber das ist nicht von Dojo. Nee. Nee. Nein, Meri, das Große kommt zum Schluss. Nimm mal das Gelbe. Nimm mal das Große. Nein, erst mal das. Okay, von wen ist das? Lia. Nee, für Lia. Von Lia. Von Lia. Weiß Bescheid. Von Lia. Ja. Eigengeschenk geloben. Das ist so ein guter Klipp. Geil. Und wie ist das aus? Wie lange passiert das? Okay, Meri, aber die Großen sind Schluss. Oh, mein Gott. Oh, schon wieder eine große, wie schön. Ja. Oh, ja. Maggie, die Kapuze, wie flausch ich die? Oh, Maggie, jetzt halt mal in die Kamera. Welche Kuss hat der? Ich klau ihn. Ich schätze, ein 80, oder? Ich klau ihn. Ja, 80. Scheiße. Oh, ja, der ist schön. Sehr süß. Mal, wir brauchen... Passend sogar, wenn ihr Glück habt, im Winter. Ja, genau, das haben wir uns aufgedacht. Auf, 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 auf. Oh, du darfst wieder aufpacken. Ich darf das. Ich darf das. Guck mal, dass du das passiert. So einfach. Felix, was glaubst du, wird's? Ich weiß, ich suche mir manchmal. Oh, wie cool. Das ist doch eine von 101 Mann. Das ist doch eine von 101 Mann. Da, die Matina. Wir haben tatsächlich in der ersten Woche, als ich herfahren habe. Oh, wie cool. Weißt du, was ich cool finde? So einen hatte ich auch. Das war vorher klar, dass ein Mädchen, äh, das ist ein Baby-Guda. Was brauchst du ab, das als ich? Immer gut. Baby-Guda. 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 Das machen wir mal. Oh, oh, oh. Gut, du brauchst mal große Geschenke? Auf, leistig groß zum Schluss. Das Beste kommt immer zum Schluss. Oh, das ging aber schlecht. Ja, weil ich nicht klarkam in diesem Moment, habe ich sie gerufen, dass sie kommen soll. Ich wusste gar nicht, was ich holen kann. Komm und hilf mir, wie ist alles so roh und wachstum? Ey, der hat mich ausrufen lassen. Ja, auf Arbeit. Oh mein Gott. Und ich hab's eingepackt. Die haben gar nichts gemacht. Oh, du Armer. Oh. Du Armer, Junge. Alles haben das gemacht. Auf der Kamera sieht man noch nichts. Oh, wie geil. Oh mein Gott, wie süß. Oh, wie süß. Das ist der Kind. Perfekt, lässig. Und das erste, erste, erste Essens. Das sind die kleinen. Die sind gut. Die brauchen wir noch. Zum Glück haben wir noch keine gekauft. Oh mein Gott, wie cool ist. Yeah. Oh, das ist wirklich schön. Oh, die Tasche sieht cool aus. Einmal das erste Besteck. Ich krieg hier ein Foto, wenn's das erste Mal eingesaut ist. Ja. Da sind Pottys zwischen, ne? Meri. Nein, nicht Pottys. Letzchen. Meri. Hallo. Meri. Fertig. Wir müssen ja gucken, welche sie auch mag. Ja. Räume alles auf dem Tisch hier. Nee. Wieso nicht? Alter. Ich will das nicht auspacken. Wir lassen das alles so drin. Ja, das ist wirklich cool. Und noch ein Mädchen geworden. Für die Mutter zum Entspannen. Oh, jetzt kommt's. Oh, die schöne Kiste von meiner Schwester. Ich hab schon fast vergessen. Sie hat uns eine Erinnerungsbox gebastelt. Und die ist so cool geworden. Hallo. Aber da ist ja noch was drin, hm? Ja, da ist noch was drin. Marvin, du wieder? Ich film. Oh, spannend. Darf ich gleich anheben? Ja, okay. Ja. Ja. Ich freu mich. Das wird ein toller Moment. In meinem Leben. Genau. Oh, wie süß. Oh, wie cool. Warte, warte. Abwechseln hier. Einmal Windeln. Ah, Windeln. Das Wichtigste. Oh, wie süß. Oh, wie cool. Schnullis. Schnullis. Ja. Die besten Schnullis. Dennoch ein Kusseltierchen. Ein Kusseltier. Das war das erste Spielzeug. Ein O-Ball. O-Ball ist super cool. Und ein O-Ball. Du hast es gehört. Danke. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.